Never give and and not, never beat this, sing songs, us, sing this, never give and and not, never beat this. Durch unsere Steuergelder werden Werke finanziert, auf die wir nicht frei zugreifen können, obwohl wir bereits dafür gezahlt haben. Auch Schulen und Universitäten können so nicht ohne weiteres gegenseitig auf ihren Erkenntnissen aufbauen. Urheberrechte und Lizenzkosten hindern sie daran. Deswegen setzt sich die Piratenpartei für Open Access und die Nutzung freier Lizenzen ein. Das schützt den Urheber und erleichtert es anderen, sein Werk zu nutzen und weiterzuentwickeln. Wenn wir unser Wissen teilen, können wir zusammen etwas Großes schaffen. Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung wird unser Grundgesetz immer weiter ausgehöhlt. Damit die Behörden unsere Telefonate speichern und abhören oder unsere Computer durchsuchen können. So werden über 80 Millionen Bürger unter Generalverdacht gestellt, während die wahren Verbrecher die Behörden austricksen und unerkannt bleiben. Wir setzen die Segel für eine moderne Politik, die die Grundrechte schützt und bei der jeder mitmachen kann. In der Jugendkultur nicht länger kriminalisiert wird und in der der Überwachungswahn ein Ende hat. Klar machen zum Ändern.